Freitag, 15. Dezember 2017, 1110 Uhr, der deutsche Film aus dem Nichts lesen Sie hier unsere Rezension hat im Oscar-Rennen eine weitere Hürde mit Erfolg genommen. Das Sudrama von Regisseur Fatih Kin schaffte es auf die Shortlist von insgesamt neun Kandidaten, wie die Oscar-Akademie im kalifornischen Beverly Hills am Donnerstag mitteilte. 92 Länder eine Rekordzahl hatten sich für 2018 um den Oscar in der Sparte nicht englischsprachiger Film beworben. Neben aus dem Nichts sind folgende Filme noch im Rennen des Square Schweden, die Kunstbetriebssatire, die sowohl die Goldene Palme in Cannes gewann als auch bei den europäischen Filmpreisen groß abräumte eine fantastische Frau Chile, die Geschichte einer Transgenderfrau, die bei der Berlinale den Silbernen Bären für das Drehbuch bekam, Lauffless Russland, ein Scheidungsdrama. Das in Cannes den Preis der Jury erhielt, Foxtrot Israel, ein Soldatendrama in Venedig, dem großen Preis der Jury belohnt, Körper und Seele Ungarn, der Liebesfilm im Schlachthofmilieu, der im Februar in Berlin, den goldenen Bären gewann, Felizit Senegal, die Geschichte einer Barsängerin, die bei der Berlinale den großen Preis der Jury erhielt, die Wunde Südafrika, der mit Beschneidung und Homoralität zwei Tabuthemen der X-Hosa behandelt. The Insult Libanon um einen eskalierenden Streit zwischen zwei Männern in Venedig mit dem Schauspielerpreis Copa Volpi ausgezeichnet. Am 23. Januar gibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences im Rahmen der allgemeinen Nominierungen bekannt, welche fünf Filme in die Endrunde kommen. Die Preisverleihung geht dann am 4. März über die Bühne. Vor einem Jahr hatte es die Tragekomödie Toni Erdmann von Maren Adé als deutscher Beitrag auf die Shortlist und später in die Endrunde der fünf Nominierten geschafft. Bei der Preisgala gewann aber das iranische Drama The Salesman von Asghar Fahadi den Auslandsoscar. Zuletzt holte 2007 der Stasi-Film Das Leben der Anderen von Florian Henkel von Donnersmark die Trophäe nach Deutschland. Davor gab es zwei weitere deutsche Erfolge. Caroline Link triumphierte 2003 mit Nirgendwo in Afrika. Volker Schlündorf 1980 mit der Verfilmung des Güntergras-Romans Die Blechtrommel. Aus dem Nichts war Anfang der Woche auch für einen Golden Globe in der Sparte bester nicht englischsprachiger Film nominiert worden. Die Globes vom Verband der Auslandspresse werden am 7. Januar in Los Angeles verliehen. Ich fühle mich sehr geehrt, weil ich noch nie mit einem Film so weit gekommen bin, sagte Erkin nach Bekanntgabe der Globe-Nominierungen am Montag. Dass gerade eine so persönliche Arbeit die Chance auf die Auszeichnung habe, freue ihn besonders, erklärte der Hamburger Regisseur, Sohn türkischer Einwanderer. Der Thriller erzählt von einem Anschlag, bei dem ein Kurde und dessen Sohn ums Leben kommen. Diane Kruger spielt die Hauptrolle der verzweifelten Ehefrau, die die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen will. Im Mai hatte sie den Darstellerpreis der Filmfestspiele im französischen Cannes gewonnen. Sohn